Auf geht's zum Hundestrand! Wir, mein Rudel und ich, haben vor einiger Zeit entdeckt, dass es in Keste einen Hundestrand gibt. Und heute gehe ich zum ersten Mal mit meiner Familie dorthin und im Ballaton, zu Deutsch Plattensee, schwimmen. Anfangs war ich noch zurückhaltend, wurde aber immer mutiger und zum Schluss musste Frauchen mich sogar an die Leine nehmen, da ich ein sehr guter Schwimmer bin und sie nicht mehr hinterherkam. Weitere Einzelheiten zum heutigen Ausflug findest du auf meinem Blog, den ich dir unterhalb des Videos verlinke. Gut Juidendier 4.2 Absatz Wissen 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Planschen im Wasser macht echt müde und deswegen ruhe ich mich jetzt mit Frauchen aus. Vielen Dank.